Was ist die Dienste, die wir momentan in der Gruppe dargestellt haben? Wetterinformationen, Gaspreise, Blutinformationen oder einfach Nachrichten. Wir können jetzt einfach mal beim Wetter reingehen und fragt uns, worüber wollen wir denn informiert werden? Wetter, da wo wir hinfahren, wählen wir jetzt einfach mal aus. Ich glaube, es war jetzt Miami als Ziel eingegeben. Jetzt kriegen wir Informationen über das Wetter in Miami. Also es kommt jetzt alles online rein, durch eine Verbindung, die das Auto über einen Hotspot aufgebaut hat, mit einem eigenen Internetzugang. Also hier unten ist die SIM-Karte, ne? Genau. Was wir auch noch machen können, ist jetzt, wenn wir weitere Informationen haben wollen oder wenn wir einfach zum Beispiel jetzt zum nächsten McDonalds fahren wollen oder zum nächsten Seafood-Restaurant, dann können wir das per Spracheingabe oder per Point of Interest dem Fahrzeug einfach mitteilen und dann werden wir da drin gelotst. Also man kann das per Spracheingabe nochmal machen, dann wird die Sprache in einem Textbaustein übersetzt und im Google dann quasi nachgeschaut und dann dort ausgewählt. Also zum Beispiel, sie zu sagen, McDonalds und Starbucks sind sie gezielt nach dem Schlagorten. Ja, das können wir nochmal überstehen. Das können wir nochmal überstehen. Ich gebe euch die Fragen rein. Dankeschön. Ich gebe euch die Frage. Ja, ja, ich kann jetzt gerne mal einbewegen. Ja, nicht? Das ist die Nummer der Duft verstand! So, jetzt probiere ich den Applaus, Okay, so you have speed, you have close points, you have emergency, and you have navigation. It's mostly related to navigation. And does this car have dynamic?